Hallo, mein Name ist Tobias und in diesem Video werden wir einen Enricher einbauen. Mit dem Enricher rufen wir aus einer weiteren Route zusätzliche Informationen ab und führen diese mit unserer ursprünglichen Nachricht dann zusammen. Schauen wir uns also dazu die inhaltliche Agenda kurz mal an. Die hatte ich im ersten Video schon mal kurz gezeigt. Die entscheidende Frage, um die es hier geht, ist, wollen wir unsere Bestellung mit Spedition A oder Spedition B verschicken? Das hängt davon ab, wie weit die Lieferstrecke ist, denn wir sagen einfach, das ist jetzt eine externe Anforderung. Spedition A ist günstiger, wenn die Lieferstrecke kleiner als 200 Kilometer ist, während Spedition B günstiger ist, wenn die Lieferstrecke größer als 200 Kilometer ist. Wir sagen jetzt, unser Lager sei mal in Bonn-Bad Godesberg und wir müssen jetzt die Bestellung nach 50667 Köln ausliefern und die Frage, die wir jetzt abschätzen müssen, ist, ist die Lieferstrecke kleiner als 200 Kilometer oder ist sie größer? Dazu müssen wir als allererstes mal aus dieser Postleitzahl bzw. Stadt eine Geokoordinate machen, denn mit der Geokoordinate können wir dann schon mal einen Tick mehr anfangen. Die Geokoordinate ist jetzt in dieser Bestellung hier gar nicht drin enthalten. Das heißt, wir brauchen zusätzliche Informationen. Wir werden in der bisherigen Route hier an dieser Stelle die Bestellung an ein anderes System wegschicken und das andere System wird uns erst mal die Geokoordinate zurückliefern. Die werden wir dann in die Bestellung integrieren und dann werden wir in zukünftigen Videos diese Entscheidung treffen, ist die Lieferstrecke kleiner als 200 Kilometer oder ist sie größer als 200 Kilometer? Schauen wir uns mal den Teil für heute an. Um jetzt ein externes System zu verwenden, um mehr Informationen in die Nachricht reinzubekommen, verwenden wir hier den sogenannten Enricher-Baustein oder auch Content-Enricher. Wir schicken die Nachricht weg an ein externes System und bekommen sie dann wieder und müssen dann diese beiden Informationen zusammenführen in eine einzige, die wir dann weiterschicken. Jetzt zoome ich da einfach mal einen Tick ran und was jetzt gleich kommt, sind nicht mehr offizielle Symbole von Enterprise Integration Patterns. Ich mache das mal weg, das Symbol des Enrichers, denn eigentlich besteht der Enricher, den wir verwenden, aus hauptsächlich zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, dass wir eine Kopie der Nachricht auf den Weg schicken und diese zusätzliche Information hier uns holen. Diese zusätzliche Information fügen wir dann mit der anderen Kopie der Originalnachricht zusammen und schicken das Ergebnis weiter. Dieses Zusammenführen nennt man Aggregation oder eben Englisch Aggregation. Aber schauen wir uns das Ganze doch mal im Code an. Ich habe seit dem letzten Mal einfach die Kommentare entfernt, um ein bisschen übersichtlich zu bleiben. Und was wir jetzt machen hier, ist, dass wir nach der Verarbeitung durch JavaScript ein Enrich einführen. Und da verwenden wir hier die zweite Überladung, denn die zweite Überladung hat genau zwei Parameter. Das sind genau diese zwei Aspekte, die wir in dem Enricher gerade gesehen haben. Das heißt, der erste ist, wo kommen die Zusatzinformationen her? Und der zweite ist, wie führen wir die Zusatzinformationen mit der Originalnachricht zusammen? So, die erste Information, wo kommen die Zusatzinformationen her? Da verwenden wir wieder einen Endpunkt, und zwar sagen wir hier Direct Geocoder. Der Direct Endpunkt erlaubt es uns, eine in demselben Camel-Kontext definierende weitere Route anzusprechen. Da kommen also diese Zusatzinformationen her. Und ich verwende jetzt hier einfach mal eine Vorlage, die ich gemacht habe. Für dieses Video gehen wir mal von einer fixen Geocoordinate aus und sagen, diese zweite Route, also der Geocoder, liefert uns einfach einen konstanten Wert zurück und sagt, die Geocoordinate ist 9,0 und so weiter und 48,5. So, der zweite Aspekt, den wir in dem Enricher brauchen, ist, wie führen wir diese Informationen, also diese 9,0 und 48, zusammen mit der Originalbestellung. Und da brauchen wir eine neue Hilfsmethode in der Utils-Klasse. Die habe ich im Git aktualisiert. Ich kopiere mir das jetzt gerade mal rein. Das ist eine sogenannte Header-Enricher-Strategie und die verwendet hier Java 8. Deswegen müssen wir in unserem Projekt erst mal Java 8 anschalten. Dazu gehen wir in die POM und wechseln auf den letzten Tab und gehen hier da zu dieser Stelle, wo 2x17 steht und machen da 2x18 draus, speichern die POM ab. Und wie immer, wenn wir die POM geändert haben, müssen wir das Projekt markieren, Alt F5 drücken und Enter drücken. Dann aktualisiert Eclipse sein Modell dieses Maven-Projekts. So, diese Aggregation-Strategie ist jetzt genau diese Information, wie führe ich diese zwei Nachrichten zu einer einzigen zusammen. Wir haben hier zwei Exchanges, die wir reinbekommen, den Original und den New Exchange. Und wir haben einen, den wir zurückgeben. Und da geben wir einfach den Original zurück. Allerdings haben wir im Original vorher eine Sache verändert. Und zwar haben wir einen Header gesetzt. Ein Header, das kann man sich so vorstellen, im Prinzip wie zum Beispiel einen HTTP-Header. Der hängt einfach zusätzlich zum Body noch an der Nachricht dran. Und wir setzen den Header auf den Body dieser zusätzlichen Information. So, das speichere ich mal ab. Und dann können wir den hier verwenden und sagen, Utils Header Enricher Strategy und sagen, bitte verwende doch den Header-Namen Ziel. Die Route können wir wieder verschönern mit STRG-SHIFT-M. Dann kriegen wir nämlich wieder einen statischen Import daraus. So, das ist es schon fast. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, hat das funktioniert? Ist in dem Ziel tatsächlich drin, was wir wollen? Deswegen gebe ich mal einen weiteren Log-Nachricht hier aus und sage, bitte gib hier doch Header-Ziel aus. Und das Ganze können wir jetzt mal testen. Wir sehen, dass die verarbeitete Nachricht ausgegeben wurde, sowie das Ziel ausgegeben wurde. Das hat schon mal funktioniert. Was wir jetzt noch machen können, das sind so kleine Aufräumarbeiten. Und zwar sollte man eigentlich immer, wenn man hier eine weitere Route definiert, oder eigentlich sollte man das auf allen Routen machen, dass man die dokumentiert. Dazu habe ich hier mal einen Kommentar vorbereitet. Und zwar dokumentieren wir als allererstes, und das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste, mal den Input. Der Input dieser Subroute ist die Bestellung als JSON-Objekt. Und der Output ist die Geokoordinate als String. Das ist ja genau unser Demo-Fall hier. Oder ein Lehrer-String, wenn der Geocoder die Adresse nicht auflösen konnte. Diesen Fall habe ich jetzt nicht demonstriert. Aber das ist relativ wichtig, denn das ist der Kontrakt, der unsere erste Route mit der zweiten Route jetzt hat. So. Das nächste, was ich zeigen wollte, ist, was passiert, wenn ich in Eclipse die Auto-Formatieren-Funktion verwende. Das ist STRG-SHIFT-F. Dann kann ich meine Route leider überhaupt nicht mehr lesen. Das ist schade. Und da gibt es ein kleines Hilfsmittel, was man verwenden kann. Und zwar kann man sich erst mal einen eigenen Java-Formatierer definieren. Dazu gehe ich auf Window-Preferences-Java-Code-Style-Formatter und sage hier New und definiere jetzt meinen eigenen. Nenne den mal Tobias und wähle OK. Dann öffnet sich hier ein Fenster, wo ich den konfigurieren kann. Und dann kann man hier On-Off-Tags anschalten, von denen ich mal eins davon mitnehme. Und dann sage ich OK, OK, wähle den also aus. Und jetzt kann ich hier ganz am Anfang vor meinen Camel-Routen sagen, der Java-Formatierer soll hier doch bitte aufhören. Das heißt, ich bin dafür zuständig, die Einrückung und Zeilenumbrüche zu machen. Und danach, wenn wir die Routen definiert haben, dann können wir den natürlich wieder anschalten. So, und wenn ich jetzt STRG-SHIFT-F drücke, dann sehen wir, der Auto-Formatierer hat jetzt ein bisschen geändert, aber unsere Routen hat er in Ruhe gelassen. Und das ist eben genau das, was man will. Ja, das war's. Und als nächstes wollen wir dann gucken, wie wir eben die Geokoordinate weiterverarbeiten können und natürlich müssen wir auch noch tatsächlich den Geocoder der Uni Heidelberg hier unten ansprechen. Aber das in den nächsten Videos. Bis dann.